Anja, die ist älter als ich. Skispringen, Langlauf, Ski-Halfpipe, Snowboard-Halfpipe, Moguls, Snowboard-Cross, Husky-Schlitten rennen. Speed-Ski, aber sonst sind noch Leute. Ist es ein bisschen vage? Ist es vage? Michel Gisin, Gilles Roulin, Valerio Grund, Aline Danyop, Simon Amon, Vorher ist mir jemand eingekommen. Urs Kriebjöl natürlich. Anja, die ist älter als ich. Gewehrversichert, aber die ist in der Hausrat. Bootsversicherung. Dritte Säule, ich habe Vorsorge. Ich bin besser in Film und Musik anstatt da.